, das ist eine Kostüm. Ja! Ah, das ist ein Kostüm! Kostüm! Was ist denn das für ein Kostüm? Das ist ein Dancehaus Ragnarok und Dach. Ragnarok? Ja! Und sonst? Was ist denn dein Favorit auf der Messe bis jetzt? NC Soft Aeon. Was? Ja. Nochmal? NC Soft Aeon. Aeon? Ja. Ah, und was fandst du bis jetzt scheiße? Konsolenspiele interessieren mich nicht ganz. Gar nicht? Fast nicht. Und was ist mit, ähm, FIFA 11? Ich bin ein Mädchen. Ach ja, echt? Sieht so aus. Dankeschön. Ja, kein Ding. Warum seht ihr so aus? Ähm, ich spreche keine Deutsch. Was? Ich spreche keine Deutsch. Keine? Das heißt kein Deutsch. Ich spreche kein Deutsch. Ein bisschen. Ein bisschen? Warum bist du nur hier? Ähm, für die Gäste. Welches denn? Er ist so cute. Er ist cute, auch nicht? Nein, 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 du bist nicht cute. Sorry. Und sonst? Hast du beitert? Au! Nein! Au! Ah! Schnell weg! Was denkst du denn, Ulsa? Huh? Nein, es ist meins. Scheiße! Na, öfter hier? Ja, öfter hier. Worauf freust du dich hier so? Eigentlich auf alles. Die sollen ja hier gute Kamelspiele haben. Temmeltod 3 zum Beispiel. Wäre das nicht auch ein Spiel für dich? Ja, wir haben ja auch ein Spiel. Was? Was denkst du denn von der Messe? Oder ein erstes Mal? Äh, auf der Gamescom, ja. Aber ich war schon öfters auf Messen, also auf der IAA zum Beispiel oder sowas. Finde ich ganz gut organisiert, ist noch nicht so viel los. Bitte meinen Kollegen für entschuldigen. Ja, das ist kein Thema. Entschuldigung! Das ist kein Thema. Kann ich ein paar für deine Nudeln? Ähm, ja. Ja! Lass rüberwachsen! Lass rüberwachsen! Ist wirklich? Mach schon, mach schon, ich hab Hunger! Dankeschön! Bitte! Hm, vielleicht noch ein paar? Nein, nein! Nee, komm! Ja, okay! Ja, also ich bin schon verblüfft, dass es cool hier zu sein. Also nächstes Jahr nochmal da zu sein, ist richtig cool. Das ist übrigens... Lass dich nicht stören! Den haben wir auf der Grand Line gefunden. Ich bin gleich fertig! Cool! Den würde ich gerne mitnehmen. Vielleicht später, Junge! Ähm, geh mal! Rego! Ham! Pi! Du schreibst nicht immer da drauf. So! Hier, dein Stift! Darf ich auch bei dir? Ab als Günder, bitte! Bei dem? Ja, Mann! Wasser! Geben, Mann! Das soll ein Höcker sein! Hier! Da ist ein Kamel auf deiner Schulter. Hi! Was du es nicht gemerkt hast. Ja, ich hab's gemerkt. Kannst du was dagegen tun? Verscheuchen? Nee, ist doch nicht so schlimm. Kamel, das sind cool. Okay, super. Ja. Was willst du mit dem Esel? Oder... Ich bin ein Kamel! Ach, sag ich doch. Mann, jetzt will ich auch nichts mehr fragen. Arschloch! Mein Gott! Mein Kollege hat da noch eine Frage, die wir uns stellen haben. Klar. Ähm, 5 Euro für das Handy! Nee, danke! Aber gerade das gewonnen, da musst du bei 3 Stunden anstehen. 10 Euro! Nee! Komm schon! Das ist echt schlecht! Das ist echt schlecht? Okay, 10 Euro. Echt? Klar! Geil! Warte eben, ich hol's! Alles klar! Shit, ich hab keine 10 Euro! Hahaha! Okay, wir müssen backen. Geh weg! Äh, kannst du mir dein Highlight von der Gamescom nennen, ohne das Wort Rätsel zu benutzen? Äh, Fisting. Wo gibt's das? Auf welchem Stand? Wo's das gibt? Ja. Ich weiß nicht. Ist das... Ja, aber wie kann das dein Highlight sein, wenn du nicht weißt, auf welchem Stand bist? Ja, ist immer Highlight. Kollege Hunt, wie möchte ich dir noch eine Frage stellen? Hey! Möchtest du dich gleich nachher mit ins Hotelzimmer kommen? Ja, klar, nach der Sonne-Messer-Stand-Party natürlich. Darf ich dich schon ein bisschen ausprobieren? Darfst du machen. Okay, warte eben. Das ist peinlicher als die letzten Tage alle zusammen. Nein, nein! Lass dich einfach gehen! Ja. Danke, das war's schon. Ich bin fertig, brauchst gar nicht mehr kommen. Wenn du das sendet, dann... Darf ich dich ganz kurz bespringen? Okay, schade. Hi, buddy! Nee! Ich habe ein Hangover, Mann. Ich will nicht den Kamel heute Abend. Nicht heute Abend. Oh! Vielleicht später? Later, ja. Oder eine VIP-Party? Wir treffen uns im Hotel, Mann. Wir treffen uns im Hotel. Ja! Bring deinen Kamel mit dir. Ich werde. Okay. Okay. Kamel, du Arsch! Wenn ihr seid, auf welches Spiel freut ihr euch am meisten? Ach, jetzt kommt der Lachen-Holige Scheiß wieder! Bla, 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 bla! Nein, ich muss jetzt, ich muss jetzt was loswerden, okay? Seid mal ruhig, seid mal ruhig! Ich muss was loswerden! Also, an Val, Verdi, Steam da. Ihr seid, ihr habt echt Scheiße gebaut mit euer Trickrate 100 weg! Und Bunny... Für MTV, für MTV? Für MTV. Yeah! Mein Kollege will dir gerne noch eine Frage stellen. Hey! Was hörst du so für Musik? Gar keine. Ciao, ne? Arschloch!